Musik 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 So we started with stretching of the ball and we are watching the bronze medal game of the European Lacrosse League 2014 between Custodis and Pietro Filippi These two teams met in the same game also last year and it was Pietro Filippi who won And finished third so Kind of revenge This year And we see the first goal score by Adrian Singh Just after 30 seconds of play In Pietro Filippi's goal is Kurt Kinney The goalkeeper of Custodis is Christoph Kuhnert He was able to squeeze into a crease around two players Das war es nicht so, wie es das Ball war Martin Malinovski, aber es war Christian Schroeder. Patrick Lartinek wird von den Städten weggebracht. Und er hat sich die Runde aufgelistet. Patrick Lartinek hat sich die Städte ausgesucht. Patrick Lartinek Und er hat sich die Städte. Und er hat sich die Städte. Tomáš Jasek in der Gotwalt. Tomáš Rydlo. Kusturis hat ein paar Probleme mit der Transition, mit der Weiss jetzt. Wojta lehla allein auf der Kreis, weil sein Defender schlief. Adrian Balas. Drei, Drei! Adrian! Drei, Drei, Drei! Drei, Drei! Wir sind aber fertig. Christoph Kornas zu sein. Jendrich Plecitti wurde von Klaus Haver und das ist eine Chance für Richie Haver. Er wird mit dem Klaus Haver Es beginnt zu werden, mit dem Klaus Haver Wir sind mit Tomasz Prochalska. Sein Weg. Kurt Kinney Mirek Knutek Passing the long ball to Klaus Hauer Patrick Martínek Dennis Englisch Thomas Chochaska Klaus Hauer Jef Aber jetzt Martin Walijovský. Freiball für Patrick Martinek. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war von hinterher. Zu Tomáš Procházka, also gut für die Pressure von Kustodis. Sie haben den Ball gespielt. 5.56 Uhr. Wir haben nur ein Goal gesehen, Kustodis hat gewonnen. Und Tomáš Procházka. Und Tomáš Procházka hat's another run. Time 6.10 Uhr. Kustodis 2, Pietro Philippi 0. Tomáš Žipaj gets a point for assist. Tocodis 2.00 Uhr. Der Maas Žipaj... 48.00 Uhr. Tomáš Žipaj... Erklotex 2 Patrick Martínek Luzaskokan ist noch ein Rookie und jetzt Vojtau Oulehla Er war hinter den Backs der Defenders x 6.50 Custodius 3 Theater of Philippine, I think Das war zu hoch von Tomáš Procházka Und ein guter von Vojta Weiss Er ist ein Čehauer auf der anderen Seite Das ist ein Er ist ein Patrick Martínek Er wurde bereits Das ist ein Wettbewerb. Ich bin so ein Wettbewerb. Ich bin so ein Wettbewerb. Rechno-Tag Against 2 Klaus Hauer, das ist ein Penalty, weil Klaus Hauer in einer Kreise war, weil er ein Protektivspieler war. Christian Schroeder hat wahrscheinlich nicht das Ruhig gemacht. Es wird ein Schlag. Also das erste Powerplay des Spiels. Das war Kloakloss in Kreis. Das war's für heute. Still about one minute remaining from the penalty Tonda got 12, scores We can register used powerplay Time 9.20 Pietro Filippi 1, so this is 3 Your wires are duplicates At largest gate 4 feet Here could be the gate No, no, yes No, no, no No, no, no No, it was Klaus, aber auch ein langes Fass von seinem Bruder. Ein weiterer Penalty signalisiert. Tomáš Žipaj committed slashing. Times 10.16. So second power play by Pietro Filippi, so let's see if they will be successful again. Tres plecetis. Tundagotwald in break. There will be another Penalty. Mirapolach was holding. Tundagotwald, so there will be a power play 5 on 3. Tundagotwald in break. Tundagotwald in break. Tundagotwald in break. Das ist Englisch, und es ist ein Kirby-Pont, das Signal ist auf der anderen Seite. So, es war legal, so no one will serve, Dennis at Englisch scores. So, es war legal, so it will be one more penalty for Mirek Knottek, because of unsportsmanlike conduct. 52, unsportsmanlike 2 Minuten. Red ball, red ball. Red ball, red ball. How are you related? Face off, red. Face off, ace off. No face off. Reginalisation. Number 10. So, it was penalty after, and the ball was stopped. Good, by Klaus Howard, he's a good chance. Bad luck on his stick. So, we are playing 3-on-4, 4-on-3 from Pietro Filippi's point of view. And custodius has to time out. Time 11.51. Great pass from Kurt Kinney. Great pass from Kurt Kinney. The first scenery is released. They are playing 4-on-4 right now. Richi Haver. And now we will watch a short power play of custodius for about half a minute. And it ends quite soon in the crease. It wasn't an easy pass for Patrick Markinek. He's still able to screw the ball. It's tough to hurt. ... ... ... ... Päderin, mit dem Kreis. Das ist der Fall. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Päderin, das ist der Fall. Päderin, singles in der Kreis. Komm, Kidd! All right. All right. I got three guys in here! All right! Tunde Guttwad in der center. Where was pusht? Hey, man! Get out of here! Hey! Get out of here! Amen! Come on, Joachim! Toll go! Das war halt ein nice move gegen ihn. Das ist ein bisschen safe bei Christoph Kuhnert. Max Strunk. Das war drei auf zwei. Blocked von Miroslav Polak. Dieter und Philipp, da sind zu viele Männer. Das war drei Minuten. So we'll see a power play on the other side. Tomáš, das ist er. There was no time left, so Tomáš Procházka tried to choose first periodis over Pietro Philippe I, Kustodis IV. Das war drei. Die Sturie haben immer noch nicht voll power play, zwei Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Adrien Baláš, Patrick Martínez, Konkri, so this is a very bad powerplay from Cousteau-Rizy. He wasn't able to stop two goals in man up. Time 1.28, Pietro Filippi three, Custodius four. Tomáš Ibáj. Merek Knotek is an experienced player, he is also a good hockey player and now he has a chance on his own. He shoots wide. Tomáš Ibáj. 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 Machen Sie auf, Machen Sie auf. In einer anderen Chance. und Sika saves. Er ist sehr nah, für ein eigenes Ziel für Chris Kinney. um mit der Eis und great work von Klausauer man bei das ist wenn fast nicht in der goal line. Das ist gut. Mach den Strunk. Jetzt kommen wir durch die Wand. Mach's pro Kaskar. Hopp, hopp, zweit left! Pfeift! Es ist vielleicht ein Penalty für 16 Minuten, 10 Sekunden. Nummer 16, ich habe hier keine Ahnung, also kann ich Ihnen nennen. Wir finden alle Statistiken in www.europeanlacrosseleague.eu Wojta Olela konnte mit der Schmerzen von Kurt Kinne und die Schmerzen. So, gut gespielt, Powerplay, 5, 8. Das ist 5, Pietro Philippe, 3. Das sind kurze Dien. 2. 1. 2. 4. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 6. 7. 5. 5. 7. 7. 8. Tonda geht vor Ort und Kreese. Das ist Englisch. 3 auf 2, 3 auf 2! 1 auf 3, 4 auf 3, 4 auf 4! Fiatra Philippi Fiatra Philippi waren zu viele Männern Kustodys, Kustodys waren zu viele Männern Wir sehen die Powerplay von Fiatra Philippi Ich bin 8-3 Kustodys waren, die sind alles auf Kustodys waren, die waren zu einer Red! Red! Red, Red! Red, Red, Red! Red, Red, Red! Red, 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 Red Red, 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 Red Red, 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 Red Red, 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 Red Tonda Gotthard hat eine Tudelung So ein anderes ganz gut gemacht Powerplay Tonda Gotthard hat eine Tudelung Es ist 8.19 Uhr und da ist nur eine gewisse Unterschiede, Pietro Filippi 4, Kusturis 5. Adrien Sink In der sehr letzten Momenten der Steg war blockiert. . Ich bin der Nummer 12 auf der Lefensee, ich bin der Lefensee. Ich bin der Lefensee. Good save, wei! Dominik Sika Patrick Martin hat einen Kreis. Das wird die Penalte für die Trippung. Die Trippung war nicht wirklich Intentional. Das war die Tripp. Der zweite Teil ist der Linken. Der vierte Teil gorgeous. Und Soppen. Singen. Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Onsas, Kahn und Kreis und er schießt. Zeit ist 12.37 Uhr, es ist 36 Uhr. Das ist Pietro Philippi 4 Uhr. Tomei Žipaj war nicht offen für seinen Platz. Tomei Žipaj war nicht offen für seinen Platz. Wojtava ist, das ist zu kreisen. Patrik Martinek. Wojtava ist weg. Wojtava ist weg. Ich konnte diese Situation ohne komenten. Er hat zwei Minuten für Arntsportmannschaft. Wojtava ist weg. Wojtava ist weg. Wojtava ist weg. Das ist auf Pietro Philippi. Martin Malinovský, Patrik Martinek. Das war schwierig. Klaus Haver. Lamáš Jassek gegen zwei. Das war schwierig. Das war sehr schwierig. Das war eine Versuchung. Das war auch mit denis-Englichen Platz. Das war damals all vor dem hohen. Das war noch nicht! Das war aber auch mit dem hohen. Das war wirklich. Das war nicht so gut, dass es nicht so gut ist. Das war nicht so gut. Dennis Englisch. Und Dennis Englisch schießt! Die Zeit ist 14.45 Uhr. Es ist ein Powerplay. Pietro Filippi 4. Es ist 37. 2. Klinik mit 2. Am 1. Das ist 14. Am 2. Klinik. Am 2. Klinik. Am 2. Klinik ist ein. Es ist noch ein wenig übrig, von der Filippi-Felipe-Felipe. Die Mannerski, Sips. Es ist ein schlechtes Pass, es war nicht komplett bereit, um es zu holen. Das ist Englisch. Mmh, good try from Tomassi pie. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist ein Interferenz von Adrian Singh, wahrscheinlich. Oh. Sorry, meine Schuld. Oh, das war's. Das war's. Das war's. Klausauer schießt Klausauer schießt 3, 31 Pieter Philippi 5, Kustur 7 Klausauer schießt Klausauer schießt Klausauer schießt Klausauer schießt Klausauer schießt 3.55 Euro, Custodis 8 Euro, Pietro Philippi 5 Euro. 3.55 Euro, Custodis 8 Euro, Custodis 8 Euro, Custodis 8 Euro, Custodis 8 Euro. Surprising shot by Klaus Hauer. 4.21 Euro again, good Hauer brothers cooperation. Pietro Philippi 6, Custodis 8. Check! Check! It was considered a pass back to the crease. "...Custodis 8.45 Euro. 3.46 Euro. 3.46 Euro. 4.47 Euro. 3.48 Euro. Did they go to the levees? 3.48 Euro. 3.48 Euro. 2.48 Euro. 3.48 Euro. 6.5 Euro. 4.48 Euro. und Klaus Hauer. Dominik hat gut gemacht. Handball! Handball! Und ... Behind the defense. Completely forgotten. Time 5.29 Kustodius 9 Pietro Philippe 6 Pietro Philippe 6 Pietro Philippe 15 Pietro Philippe 15 Pietro Philippe 4 Pietro Philippe 15 Pietro massively . das war er sofort imediaten die 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 Qualifikation war holding. Da war eine Hand rund der Neck. Wir sehen einen anderen Powerplay bei Kustodis. Time ist 6.14 Uhr. Und Tomáši Paj. Kustodis 10. Pieter Philippi 6. Einmal gut gespielt Powerplay. Einmal gut von Kurt Kuhny. Einmal gut gespielt von Kurt Kuhny. . 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 Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Schmutz! Es ist Richie Hauer, der hat den Schmutz gespielt. Pietro Philippi, 7. Kustodius, 10. Down right. 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 Down right. Down right. Along left. Right. Nice shot, aber Kniego ist bereit. Wojtava is good attempt and Wojtava olehla was in the crease trying to get that ball over the line, but it succeeded. Ten minutes played from the third period, three goals difference between Custodius and Pietro Filippi. Tomáš Jasek. This was from red, it's another similar situation as we have seen a couple of minutes ago on the other side. Hmm, very difficult pass from Nurek Notec. There's no sign on the other side. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Musik, Platz City. 3-on-2. Mojta ulehla. Stay high, stay high! Hey, gollo, gollo! Let's go, gollo! Klausar auf der Kriis and great save by Dominik Sikar. I don't want to go to out. Oh, this is Martin Maljowski, sorry. Try from Richie Hauer. Kusurys defense is very tight now. Patrick Martinek. We sit here for a respond. Natal Aktualis at Zachy. What's your� in the corner? T2 for a corner. Von Schauspieler zu Schauspieler, Tomáš Zipaj. Tomáš Prochaskas, ein tolles Schauspieler, 14.2. Kustodis, 12. Pietro Filipe, 7. Ein minuten aus dem Spiel, es scheint, dass es Kustodis wird, die 3. in diesem Jahr in der Europäischen Lacrosse League. Und Tomáš Zipaj, ein tolles Schauspieler. 14.24. Kustodis, 13. Pietro Filipe, 7. 10. 1, 2, 3, 4. Ich kann es nicht sehen. Hier ist ein Knutek. Donda Gotwalt. Patrick Martínek. Die Spiel ist vorbei. Kustodius ist der 3. in der Europäischen Lacrosse League 2014. Pietro Philippi ist der 4. Die Spiel ist der 13. Pietro Philippi ist der 7. Und die letzte Frage, die wir stellen müssen, ist, wer dieser Jahr wird. Wir wissen, dass es nach 7.00 Uhr oder nach 7.00 Uhr ist.